FATMAN! 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 Oh! Boah, die bleiben vielleicht zwei im Tor stehen, Alter. Die haben Angst vor uns, Leute. Die haben Angst. Die laggen, glaube ich. Ja, ich auch. Ah! Boah! Schön, Tobi! Oh! Schön, Tobi! Das ist drin! Schön. Also, ich bin gerade wieder richtig am Senken. Das ist nicht so geil. Lukas Bender hat mir das einfach schon. Richtig gut. Ich glaube, du hast das schlechteste Spiel, wie ihr das schicke Sinn habt. Glaub ich nicht. Alter, bitte! Wizard, lass das nicht sein. Oh, shit. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Alles gut. Wir machen es genauso wie hier. Einfach alle auf den Balken hoch. Schön. Der lag irgendwie. Das ist gar nicht so geil. Ja, Alter! Alter! Kann ich das mal aufhören? Please! Ja! Oh, oh, oh! Oh, shit! Okay. Drin! Boom! Oh! Ich hab die Lust! Guck diese Mega-Flanke an! Guck mal, von wo ich komme! Ja! Ja! Das war doch hier! Das wäre viel einfacher! Das ist ein lag! Das wäre viel einfacher! Neueste Erkenntnis! Das wäre alles viel einfacher! Das ist ein lag! Ja! Manche Spiel hilft lag! So bei... Fighter-Games oder so. Hier nicht! Zum Beispiel! Ne, hier nicht! Na! Oh, shit! Nein! Oh, ich hab mich nehm gestoßen oder so! Oh, goll! Oh! Ist das nicht so. Komm mir so vor, er hat hier so Tatsch-Mach-Hall-Musik! Kommt auf! Oh, das drin, das drin! Shit! Kommt auf! Wie in diesen chinesischen Tempel kommt diese Musik! Ding! Ja! Ja! Ich weiß, eigentlich geht nur das. Das sag ich halt auch bei mir! Ich weiß nicht, wie es kommt! Ja, ah, dass der Sascha ist mit seinem komischen Regenbogen-Scheit. Was ist denn mit meinem Regenbogen? Mein Ausbruch? Der macht Haschamhal-Musik, so ein indischer Tempel-Musik. Ach wie, was? Mein Regenbogen? Ja! Ja! Nice, Alter! Niiiine! Alter, wieder keiner hinten! Wir brauchen keinen hinten. Ach so, Angriff ist die beste Verteidigung. Echt, du hast schon mal Leute gespürt beim Team sein. Ich hab noch nie Leute gespielt, Gott sei Dank. Ja, da warst du noch nicht so extrem krassen Tag. Hä, warst du noch nie junglen, oder was? Gott! Alter, das hast du noch beim Team gespielt! Leute, jetzt müsst ihr euch ja mal wieder ein bisschen anstrengen. Er kann das gleich auf den Gralsparchen-Jungle. Ja, Tobi, den hättest du haben müssen. Also, das war ganz klar dein Fehler. Lukas, kannst du dich mal bitte konzentrieren? Alter! Ja, dick lag! Ja, das ist nicht hilfreich. Überhaupt kein Lag. Schauf nicht. Gerade lags übel jetzt hier. Ja, wir auch. Also nicht jetzt gerade arbeiten, aber wir. Okay, schön. Fest drin! Oh Gott, nein! Ich nehm noch ein Nice. Ich Gott. Ich hab auch noch versucht den zu kriegen. Kann ich dich noch abstauben? Ja, das ist mein Plan. Das sind halt die wichtigsten Sachen, die geklärt werden. Bald ist. Gut, dann komm ich schon von der Seite. Das ist mal wichtig. Das Wichtigste ist, dafür ist der Highscore. Kann der mal nicht laggen, wenn ich direkt am Sand fahre. Oh! Nice. Schöne Vorlage von mir. Ja, aber das sind nicht meine! Ja? Das sind nicht meine! Guck dir das immer an! Guck mal da, guck, da kommt ein Ball! Ja, aber zufahrend warst du... Du bist daneben gesprungen bei mir. Wie solltest du den Ball treffen? Das hätte ich sein können! Das hätte ich sein können! Es sah von mir aus halt so aus wie ich das. Okay, easy in die Mitte. Nein, nicht ganz. Lukas, wunderbar. Hier, ich schläbe rein. Guck, spring schon mal. Okay, das ist so doof. Ja. Ich spring schon mal in die Mitte. Ah, fast. Hab ich, hab ich! Nein! Keine Ahnung! Es passt, es passt. Es stinkt! Ich komm, abstauben! Das Tor von den Gegnern! Na klar! Lukas! Ich war schon hier auf den Elfmeter. Hier! Boah, Leg nervt echt übel. Ja. Ah, ist halt auch Sonntagnachmittag, ne? Ja und? Können die mal alle rausgehen? Schönes Wetter! Ja und? Echt? Echt? Bei uns hat das 7 Stunden geregnet oder sowas? Haben wir uns auch noch und so weiter? Oh nein! Oh, ist drin! Tobi! Oh, den musst du haben! Den musst du haben, wenn du weiter in unserem Team spielen willst. Da guckt er jetzt einen Fallrückzieher machen können, so. Ich weiß nicht, warum er das nicht gemacht hat. Gibt es eigentlich eine Flutung? Ne. Ne, uns gibt auch keinen Mittelfinger. Wir haben schon gecheckt. Dünn gesaved. Boah, ist hier schief. Ich bin nicht ganz. Irgendwie fahr ich an der Decke. Ist das ok? Ja, oder? Ja, klar. Ja. Oh. Nice. Du wolltest auch nicht lassen. Oh, vorbei. Esig. Jetzt das schon, du machst das. Aber der ist drin. Ist der drin? Nein. Ne. Was sollst du meinte? Ich kann das, ich guck mal wo ich bin. Du weißt doch, ich hab nur einen auf. Oh, ist der drin? Der ist drin. Pass auf. Geh weg von dem Ball, ich mach den! Oh! Sag doch! Ja, früher. Nicht erst dann, wenn wir schon alle fliegen. Bier, 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 Bier. Keine Ahnung. Ist auch nicht ok, das ist ja so heiß. Weil ich kann auch Kinder spielen, das Spiel. Bier ist ja eine illegale Probe. Boah. Ups. Oh, den hab ich doch. Den hab ich. Guck mich den ab. Boah, malte. Ich dachte, du weißt, dass ich ein Glasauge habe. Also ich hab nur ein Auge. Ich hab keine Tiefenwahrnehmung. Ja, du hast nur ein Auge. Skrilley hat nur ein Ei. Hellcore hat nur einen Arm. Was los mit euch? Der Hellcore hat keinen Zerpferd. Wird er seinen Arm verloren? Ich hab den nie gefragt. Ich glaub, der hat sich den abgegessen, weil der keine Zeit hatte, Essen zu gehen, während der auf Rang 14 gespielt hat. Rein da, rein da, rein da, rein da, der geht rein. Schade, Bierkönig. Bierkönig ist der King von denen, ne? Unglaublich. Achso, König. Hm, vielleicht das hat. Schön. Spaß. Das war unabsichtlich, glaub nicht. Ich dachte und du weißt, dass ich ein Auge habe. Deine Tobi. Dann vielleicht werden mich wegen meiner Tiefenwahrnehmung. Unglaublich. Achso, Kay hat übrigens auch noch ein Auge. Also hier, äh, Elanora. Der hat keinen Musikgeschmack. Das kommt auch eher schwer hinzu. Als er das PvP-Video gemacht hat, hat Scary für den Musik gemacht. Weil er sagte, Zitat, ich weiß nicht, was gut ist. Äh, ich weiß nicht, was gut ist. 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 Oh, Lukas hast du schön gemacht. Ich weiß. Jan MK9 war das in der Vorlage. Ne, ich hab ihn angespielt, Mann. Das muss er erst mal schaffen, Mann. Wow, Alter. Überband hast du ihn angespielt und überband hat er mich dann auch nochmal angespielt. Krasse Scheiße. Oh, den hab ich, den hab ich, den hab ich. Den hab ich doch nicht. Oh, fuck, ist der drin? Er ist nicht drin. Natürlich ist er nicht drin. Der König hat in den Ball nicht. Müll gar nicht sein, Lukas spiel hier rüber. Oh, schuld. Der könnte gut kommen, der könnte richtig gut kommen. Der könnte gut kommen. Oh, er macht den selbst rein. Oh, er macht den selbst rein. Ist das eigentlich, ist das ok, wenn man sein eigenes Team so nice shotted? Nice shot, no, wow! Oh no! Shit war der gut, Alter. Ich weiß, wie gut ich safe bin. Guck mal, guck was der Sascha für ein Eisemote. Hat's aber nie kauft. Hat's gut gemacht, ja. Ist nur für Paid Player. Ja, das ist für Schnell. Hab den. Hab ich auch, den hab ich auch. Nee, ich lecke. Oh Gott! Hab den nicht. Hab den vielleicht doch. Ich weiß nicht. Hab ich den gehabt? Den hab ich. Den hab ich sogar wirklich. Epic Save, 60 XP. Den. Nee, den hab ich nicht. Keiner hat den. Hab ich gesaved, das kann nicht. Epic XP, 60 save. Rein da! Rein da! Tsubasa! 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 Holy Shit, der alte Japaner. Da mit dem Schmitz ein. Kann man das ja nicht reinmachen. Ich will die Gegner nicht debutenieren. Hab den, hab den, hab den. Kannst ja nicht wie im Training. So voll gut sie hier reinmachen. Mach den Stopp. Ich bräuchte so ne, wie in GTA so ne Schlauung, dass ich in der Luft den Wagen ausgleichen könnte. Dass ich dann irgendwie wieder auf die zwei Räder... Der geht rein, der geht rein. Oh. Ich hab den. Fünn gemacht, Malte. NP. Tsubasa! Tsubasa! Den klau ich doch! Boah, ich hör den auch klauen! Guck mal. Guck mal, wenn wir auf dem gameplay sehen können, wie alle noch getobot haben. Pass auf. Ich glaub, das kann man gut sehen. Ne? Da, komm mal. Mild ist so Mist. Wird da nicht wieder schade. Wird da nicht wieder schade. Einfahren. Wer braucht schon Schwerkraft. Uh. Geh nach vorne, nach vorne, nach vorne, nach vorne. Ok, das andere vorne. Sehr schön. Weiter, weiter, weiter. Ja. Der drin? Ist der drin? Der ist doch drin! Klar, Mann! Nein, der ist nicht drin! Nein! Das hat nen Torschuss für mich gegeben. Du hast den nicht mal berührt. Ja, eben. Ich mach den, ich mach den, ich mach den. Ich mach den, ich mach den, ich mach den. Ich mach den nicht. Wer hat gehalten? Ich nehm den Wolli, ich nehm den Wolli. Ich wollte den Wolli nehmen. Ich spring einfach in die Wand. Das kennt der. Auch nice. Ich hab den nicht, ich hab den nicht. Den hab ich nicht. Ich block einfach die anderen. Das macht viel mehr Spaß, die anderen zu einfach wegzublocken. Das weiß ich den. Oh! Oh, der ist drin! Oh! Der geht rein, der geht rein! Oh! Jawoll! Das ist... Zeit, Zeit für den nächsten PS. Das war... Ah ne, der ist Dexter. Nein, ein 1 und 2. PS jetzt 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 jetzt! So, ich wollte keine Power. First, first touch. 60 PS. Juggle den! Juggle den! Juggle den! Oh! Oh, schon wieder MVP. Oh, das ist anstrengend. Ähm... Warst du schon mal... Oh, mit 220 Punkten Abstand auf den nächsten. Das ist krass. Das ist krass.